Wieso redet sie bloß so komisch? Ich kenne den Spruch. Steel Awesome hat es im Film Superin gesagt. Und? Heißt das, dass sie träumt, dass sie in dem Film ist? Und was passiert in dem Film, wenn Steel Muffer Klunk besiegt? Er gleitet von einem Vulkan runter. Wir müssen sie unbedingt recken. Es wird nur ein Weg von diesem Vulkan weg. Sie ist gleich am Abfall. Ricky kommt zur Rettung. Toch! Wasser raus! Sucht was ich! Bin bereit! Halten Sie durch, Apeigli. Ich hab sie! Dachte ich. Und abwärts. So! Huhu! 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 DJ, hilf dir! Danke euch! Danke euch! Ahu! Geht mal nichts! Danke. Und noch ein Sieg für Stilausen. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ihr Filmtraum ist vorbei. Nein, nicht ganz. Sie muss doch irgendwie nach Hause. Ich glaube, ihr Filmtraum ist vorbei.